hau bloß ab alex dir ist klar ne am ende der geraden du gehörst du mir alter du sagt gesicht ne du hast mich eiskalt auf die matte raus geht raus gedrängt wer ist das ist unglaublich was der hier macht ja mich hat auch ein herausgedrängt happy du hast mich jetzt schon drei mal abgedrängt du warst du hast aber nicht ach komm oder auf ja dreher super super sache super gemacht am ende der rouge kannst du mir nicht sagen dass ich da ghostcar war ja also ruch fahr ich logischerweise normal weil da tut es nicht wahr weil es einsortiert da war ich aber neben dir kannst du nachher alles angucken gib gas ja ich habe strafe und habe mich gedreht wegen einem so eine scheisse happy das nervt und er verwendet jetzt habe ich den wieder vor mir der mich eben gedreht hat so 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 Scheiss, tragt so zu toll den Fahrer, zu kotzen eh. Ja du, aber ich kann auch dranbleiben, also irgendwas machst du falsch. Kann mir mal jemanden vor mir irgendwie kicken? So ein Mixer. Oh, 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 oh. Massiv abgekürzt. Holen dir. Ich brauche dich hinter dir, dich kann ich abschießen. Na ja. Wie vorhin meinste also. Yes, ich bin endlich vorbei. Wenn ich immer einen Fahrfehler machen würde, kurz vor S3. Ich glaube, ich bleib nochmal rund draußen. Ich brauche dich mit einem Jägerl. So, ich fange ich jetzt an. Ich will euch mal jede Append. Ich bin immer der Schmerz für mein Schmerz, Ich bin immer der Schmerz. Ich muss mich immer reing. Ich habe den Schmerz. Hierin wird es der Schmerz vorgegeben. Oh, mal gucken. Ha! Ich hab mich überholt in der Box. Passt, oder? Ja. In der Box. Sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Das wird ihn ärgern. Und Michi ist hinter mir. Bist du auf Harten gestartet? Nee, aber ich hatte eine Müllschweizstrafe und bin jetzt noch eine Runde draußen geblieben. Also. Oh je. Ihr seid vorbei. Sicher? Ja. Böser Fehler gerade. Böser Fehler. Nee, Altstadt, 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 please. Wurde mich schwer worden, wenn du nicht vorne wärst. 15 Sekunden in Sektor 2. Knappe 16. Wurde mich schwer worden, wenn du nicht vorne wärst. Boah, verbremst. Waaah. Oh, Schikane verkackt. Aber richtig. Komm, 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 Jungs. Komm, 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 komm. Komm. 4,2. Na, aber hinten bleiben, mein Freund. Guck mal, ob ich diesen D-Piedro noch kriege, aber ich glaube schon. So, Alex, zieh dich warm an. Der Onkel kommt. Ja, läuft. Ein Rache, zu schnelles Fahren in der Boxengasse. 20 Sekunden. Heute hab ich's echt dick erwischt. Hast es jedenfalls verdient. Oh, was. Die war scheiße. Auf einmal 20 Sekunden. Ey, Jungs, muss da nicht sein. Ich kann dich auch ein bisschen abbremsen, Happy, damit der andere noch rankommt. Ich fahr dir in die Karin, hab ich kein Problem damit. Du weißt schon, wenn ich auf der Geraden auf die Eisen gehe und du mir reinfährst, kriegst du die Strafe, ne? Probierst du raus? Das hätte ich jetzt nicht gesagt. Ich hab einen Rutschstück gehabt. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Gut, okay. Oh, der wird knapp. Oh, grad so. Ja, der hält den Rutschstück ab für uns. Hm, hab der Minimap gesehen. Abkürzen. Naja. Strafe! Ach. Wir Ossis sind bestraft genug. Musik Was ist los? Wo bleibst du? Ich schaue mir das an, was du hast. Jaja. Ui Ui Ui. Wochi... Lässt die Runde, schaltet der Motor auf schnell No, mach mal Weil dein Motor nämlich auch auf Nicht auf schnell ist, bist du auf der Geraden Auch genauso schnell wie ich Ja, logisch, Windschatten Ja, ja, genau Das macht natürlich 20 kmh aus Hast schon DRS integriert, ne? Nein! Haha! Du hast mich geschnitten! Ach, guck, hör auf Ja, ja Ach, hör auf Sonst wär ich ja wohl kaum rausgefahren Ach, hör auf Ausstatt Ach, hör auf Hör auf Ich bin da in die Kurve rein Du warst da außen Na, überhaupt nicht Klar Ich hab extra noch zurückgeguckt Ja, schon, dann bin ich ja bei dir Ohne drüber gezogen Hier, ja Na dann schalt doch mal den Motor auf schnell Dann schalte ich meinen vielleicht mal auf Standard Ohne das ist soaring, ich habe ja auch keine Hand Ja, 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 ja Dass du jetzt mal nehm kannst Ja, 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 ja Scheiß Bodenwelle. Hoppala, hallo! Hallo, was los? Kurz angetitzt. Nix gemerkt. Macht ja meistens auch nicht so raus. Meine Vorderreifen sind gelb, das ist eklig. Weichei, komm, gib Gas! Gib Gas! Rutscher! Nein, Rutscher! Ich hab's gesehen. Dann kannst du dich ja noch ein bisschen mit dem da rumärgern. Ich fahr das mal nach Hause, ne? Na, warte mal ab. Okay. Du hast ein bisschen zu weit unten auf den Curb gekommen. Naja. Aber die Schikane hat's in sich. Ja. Ist richtig schwierig zu fahren.